jo was geht ab liebe leute wie immer euer pascal am start wir haben heute sehr vieles erledigt was erledigt werden muss in einem monat kriegt ihr auch bescheid gesagt was wir gemacht haben was sie erledigt haben auf jeden Fall kann ich euch einen tipp geben es hat was mit tut tut zu tun mehr werde ich euch nicht mehr sagen was ich euch noch sagen kann nach einem so erfolgreichen tag noch die der boden zu sehen in seiner nähe wo er wohnt perfekt die leute wo wir wissen wo dieser boden wohnt die wissen auch wo wir waren deswegen liebe leute ich würde sagen nach so einem schönen tag und noch einen erfolgreichen tag wünschen wir natürlich euch noch einen schönen tag bleibt gesund und munter aber nicht zu vergessen checkt die ganzen kanäle ab wir sehen den bester und bei MrSidMixer seht ihr eventuell wo wir die sender schock noch gegessen haben und die waren ja so sauer und die Petrus hat nach einem ding gesagt nee kein bock mehr deswegen auf jeden fall abchecken wenn das Video auch reinkommt und singen euer Pastor Ciao Ciao Video 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 Untertitelung. BR 2018